Ja, ich möchte da nochmal aber ein zweites, wie sagt man, einen zweiten Blickwinkel vielleicht drauf werfen und zwar mit der Phrase choose your battles. Also auf gut Deutsch, entscheide für was du dich engagierst und einsetzt. Und ich finde, das geht relativ einher und erklärt aber auch ein bisschen, dass es ja nicht heißt, du sollst nicht Dinge ansprechen. Es heißt nicht, du sollst nicht wichtige Standpunkte von dir, auch deinen Freunden gegenüber oder so klar und deutlich machen und für dich Prinzipien, zu deinen Prinzipien stehen. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dieses choose your battles geht in dieselbe Richtung. Du möchtest nicht dieser Mitarbeiter sein, du möchtest aber auch nicht diese Führungskraft sein gegenüber ihrer eigenen Führungskraft, die einfach den ganzen Tag oder jeden Tag, ich sage es einfach mal, nervig ist, die irgendwie Sachen, also nagging würde mir jetzt einfallen. Also die irgendwie, naja, und können wir nicht da und das nervt mich auch und können wir nicht da. Das geht nicht, weil dann bist du, wer will das haben? Niemand will mit jemandem arbeiten, der die ganze Zeit unangenehme Sachen aufbringt. Du sollst was liefern, du sollst was leisten im Sinne dieses Ownerships. Bringe Sachen ein, die für dich wichtig sind und dann gleichzeitig spar dir sozusagen deine Kräfte und eben auch dein Kapital auf für Dinge, wo du sagst, okay, da ist Schluss, da ist eine Linie, da ist ein Prinzip betroffen oder was auch immer. Da gehen wir nicht weiter. Und das kannst du natürlich nicht jeden zweiten Tag machen, weil dann bist du einfach der Typ, der immer dagegen ist. Und du möchtest aber nicht der Typ sein, der dagegen ist, du möchtest der Typ, der, wenn die Sache erfordert, dass man jetzt einen Stopp vollzieht, dass es dann gehört wird und man sagt, ja stimmt, wenn er das siebenmal sagt, okay, da geht es jetzt nicht weiter, weil, und dann hoffentlich eine gute Begründung, dass das dann gesehen wird, gehört wird und gesagt wird, ja okay, stimmt, jedes Mal, wenn da gesagt wird, da geht es nicht weiter, dann geht es dort nicht weiter. Und das finde ich auch in Summe mit, also diese zwei Dinge, ja, choose your battles auf der einen Seite und manage sozusagen dein Führungskapital auf der anderen Seite sinnvoll. Ich glaube, das sind zwei Konzepte, die gut einhergehen und extrem wichtig sind in dem, wie du Führung halt siehst, wo du für dich und dein Team Verantwortung übernimmst und entsprechend einfach dein Vorgehen sozusagen anhand dieser Parameter, glaube ich, planen und vollziehen musst. Und das ist das, was ich jetzt.